Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Life is Strange. Wer sich wundert, warum wir jetzt in der Schulklasse sind, hat wohl die letzte Folge verpasst. Wir haben nämlich wieder einen kleinen Zeitsprung unternommen. Victoria, es ist schön, wie Sie wirklich fühlen. Ja, um aus dieser Dunkelkammer von Jefferson herauszukommen und befinden uns jetzt wieder am ersten Tag dieser Woche, bevor alles begonnen hat. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Max C. zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde, Vic. Krieg dich wieder ein. Ich bin froh, es zu verpasst. Du bist hier, um deine fancy Kamera zu bekommen, Victoria. Ja, das hatten wir alles am Anfang des Spiels schon mal. Mal mit Kate. Puhre Kate. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that, Max. That makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. Hey, that's okay. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Oh. Ach, die sind so knuffelig. Thanks. You always know the right thing to do. So, Papierkügechen. This is the last time somebody bullies you, Kate. Das hatten wir alles schon mal. Die Markierung. Oh, Rachel. I'm sorry. Ja, das wird wahrscheinlich das Einzige sein, was wir nicht verhindern können. Den Tod von Rachel Amber. Weil wir so weit nicht zurückreisen können. Ich fühle mich trotzdem, wie... das Lichthaus ist... ...zureden zu mir. Es gibt noch ein paar Schönheit in Arcadia Bay. Tja, die Frage ist, wie lange gibt es diese Schönheit noch? Also, erst mal vom Sturm abgesehen. Der Mensch ist immer der größte Vernichter von Natur. I'd like to bust this up right now. Hehehe, mach doch. Vielleicht bringt er was. Victoria. I'm sorry, you have to stand next to that psycho. Aktuell scheinst du es leider zu genießen. I see right through your bullshit, Jefferson. Everybody else will too. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see, I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. Maybe, but maybe you shouldn't. Uh, and why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt somebody if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I... I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay, too. Mm-hmm. Not to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be... Innocent. Or guilty. Ah. Well. And thanks for the photo. And... Maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be gone. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. So, Realität wird geändert. Hehehe, sehr gut. Oh, 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 oh. Okay, du bist okay, Max. Du bist sicher. Auf einem Flugzeug. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Gut, David. Du bist genial, Max. Ich bin so stolz auf... Chloe! Oh, du bist lebendig. Oh, du bist lebendig. Ich habe es geschafft. Ich habe alles fixiert. Alles ist gut, Herr. So, Fenster? Es ist so wunderschön, sich zwischen Realitäten zu sein. Alles ist aus der Fokus und in der Distanz. He, he. Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Two Moon Diner Inmitten all des Umweltchaos in Arcadia Bay wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wade berichten, Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde, äh, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Das Ausbleiben von Video- oder Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuesten Öko-Chaos übersteuert. Blackwells Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Madsen, Sicherheitschef an der Blackwell Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Das klingt doch schon mal viel besser. So, das Ding haben wir uns ja schon mal angeguckt, am Anfang des Let's Plays, die Galerie Zeitgeist präsentiert, Helden des Alltags, Ausstellung und Kunst, Künstlerempfang, Galerie Zeitgeist. Wir sind fast in San Francisco. Ich bin so stressig, aber ich bin so excited, auch. Du hast doch schon geschlafen. Du hast doch schon mal. Wie geht es um Gottes Lauf? so i won't have to fly at all anymore i bet this is a nice break for principal wells after all the damage control he had to do this week at blackwell how did you sleep hope i wasn't snoring out loud max just a bit it's been a tough week at blackwell so i hope you'll forgive me between mr jefferson and prescott's things have been hectic to say the least i totally get it principal wells that's a smart way of telling me to stop we are proud of you for representing blackwell at the everyday heroes contest i know i'm not exactly the guy you wanted in san francisco but we all want you to have a great experience er ist allemal besser als jefferson er ist allemal besser als jefferson christ another nosebleed max you're not just going around with time so da dünfe gefühl die realität zerfällt um uns herum so lange so 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 san francisco is so cool and this gallery is huge so is the buffet if an event skimps on the food you know it's a bad event as long as i don't have to eat any caviar this is your day max you can do whatever you want i hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible work the room i don't know i feel so weird like i'm a little kid hanging with the adults max after this week you are certainly not a little kid anymore in fact you're a noteworthy adult being honored by your peers now you have to start acting like the photographer you want to be help i want to be in charge of a big school someday so i started taking charge of things when i was young ask my poor classmates max i'm gonna eat up that caviar so you don't have to better get in there and start schmoozing you know i won't always be here to take charge but you come talk to me whenever you want come on max after everything that's happened this should be the least scary thing you've ever done so dann schauen wir uns hier doch mal so ein bisschen um sollen mit möglichst vielen leuten reden dann machen wir das doch there i am along with all the other winners i should say artists instead direkter words erfreut sich am caviar gästebuch it's great to read all these comments even the mean ones so eine inspiration jades nicht so gut wie die letzte show wie die show letztes jahr david foi möchte ich direkt selber fotos schießen adam b die zukunft der fotografie beginnt hier leiser simpsons diese helden wählten den pfad des geringsten bedauerns thomas farber ein großartiges beispiel totaler überwachung anthony cass ihre 15 minuten ruhm sind fast um john doe danke das ist sehr schön inspirierendes material steve so was haben wir denn hier unten alles schönes schön gut nach aren't you from blackwell academy i wanted to go there but i didn't get in they have such a cool program i bet you're learning a lot ja sei lieber froh dass du nicht bei dem lehrer gelandet bist der hätte dich bestimmt pausieren äh pausieren lassen tja fast ne bei dem typ krieg krieg noch würgereiz und aggression mhm ein rentnerpärchen an einem herbst morgen abend ich weiß es nicht mhm die 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 Oh, vielen Dank. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. I'm stuck in this... Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is going to be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Okay, aber wie wollen wir das von hier aus managen? Wie wollen wir das von hier aus korrigieren? Guck mal mal zu Belsi. Vielleicht fällt dem was ein. Ja klar, warum auch mit ihm reden. Er wird uns ohnehin nicht glauben. Ich weiß, dass es ziemlich einfach ist, aber ich finde es schützend. Ich finde es schützend. Genau, das ist schützend. Wie können diese Gallerien hier aufbauen? Das macht mich sehr schützend. Okay, 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 okay. Ich habe gehört, dass Marc Schafferson hier war. Ich habe gehört, dass Marc Schafferson hier war. Ich habe gehört, dass Marc Schafferson hier war. Ich werde wieder sterben. Ich muss sie schützen. Wir müssen hier weg. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Arcadia Bay geht vor die Hunde. Ich glaube, ich habe eine Idee. Schade Exposure. Schade Framing. Schade Bild. Aber das ist ja schon lange, lange her. Das ist ja noch vor dieser Woche. Oh, scheiße. Mein Hör. Oh Gott die Realität. Was ist jetzt passiert? Es fühlt sich als dass die Realität sich einladen. Was mache ich mit Zeit? Ich muss nur einen einfachen Veränderung machen, damit ich nicht in San Francisco enden kann. Ein einfaches. Entschuldigung, San Francisco. Chloe kommt erst. Und da wären wir also wieder in der Dunkelkammer. Oh, fuck. Gott, nein. Ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verabschiedet. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte hier sein, nicht hier sein. Jesus. Es ist wie, dass du wieder in meine Klasse zurückkommst. Du bist immer noch aus. Es könnte cool sein, wenn du eine deiner Patenten-Selfie fielst. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max zu tun. Wie bitte. Entschuldigung, meine Frage. Bähes und sterben! Entschuldigung. 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 Du Hust ist bleeding. Wahrscheinlich hat dir zu groß. Sorry über das, Max. Aber als du sicher bist, du zu sterben, ein Hustblad ist ein Problem als erstes Welt. Oh, ich musste die Victoria Chase gehen. Du musst sie? Nicht so dumm, okay? Sie ist genau wo sie sein. Nein. Oh, wie wenn du dich interessiert. Ihr iris, das Dilation wie ein Schudder. Die Bilder, die ich jetzt an mir nehmen. Schade, du bist weggebracht. Du könnte es gewinnen, aber du hast dein eigenes Fotografie verletzt. Was für ein Waste. Sorry, ich verletzte all deine Sachen. Ich bin ein bisschen verabschiedet. Fuck, er hat meine Diary verabschiedet. Das ist warum ich noch hier bin. Especially, seitdem du von Nerd zu Hero entwickelt hast, in einem Wochenende. Es gibt etwas... ...weird, mit dir. Woah, hast du gesehen, wie verrückt es draußen ist? Wie ich gesagt habe... ...was etwas weir. Da ist der Angst. Max, es ist eine Ehre zu arbeiten mit dir in diesen letzten Sessionen. Ich hoffe, dass diese Bilder verraten werden für was sie wirklich verabschiedet werden. Die Verlust der Jugend. Auf jeden Fall, das ist die letzte Lektion, die du von mir hörst kannst. Und ich versuche dir, dass keiner mehr nösebleeds hat. Herr Jefferson, bitte. Don't du das. Du wirst nicht wissen, was passiert. Wer halten vom Leben ist? Also dein Leben hat Johnsonpäck. Was passiert? Was passiert bei der da sind? Der Typ ist so abartig. Der Typ ist so abartig. Der Typ ist so abartig. Vielleicht gibt das David eine Chance. Der Typ ist so abartig. 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 Und so ab ist so abartig. Oder. Oder. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich werde den Typen warnen. David! Irgendwas Essentielles muss hier passieren. Ich versuche dir. Also, wenn wir Musik anmachen, kommt David hier rein. Aber wir haben irgendwie nicht die Möglichkeit, uns vor dieser Dosis zu schützen. Aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Das heißt, wie es denn weitergeht, wie wir dieses Mysterium lösen, und das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Life is Strange wieder. Bis dahin. Bye-bye! Musik 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 Das war's. Und ich habe ihn sogar schraubt, um mich zu gewinnen und gewinnen zu können. Ich bin dumm, dumm, dumm!